Herzlich Willkommen zurück zu die Schlacht um Mitte Erde. So, wir müssen jetzt wieder die Armee von Eomer befehligen, das ist die hier. Und dann gucken wir mal, wo wir überall hin können. Ach, du großer Leute, wir haben ja richtig viel zur Auswahl. Was haben wir denn hier eigentlich? Akt 8, Akt 5, Akt 8, Akt 8. So, also theoretisch haben wir noch einen Akt 5er dabei. Und ich würde sagen, den machen wir auch erstmal, dass wir so ein bisschen die alten Sachen erstmal im Grunde genommen hervortun, beziehungsweise dann auch abschließen. West-Emmet haben wir schon gemacht, Ost-Emmet ist jetzt dran. Da kriegen wir dann auch immerhin 20 Kommandopunkte mehr. Die Mission könnte ein bisschen länger dauern, weil ich wieder ein bisschen die Einheiten aufstotten möchte. Plus die Upgrades kaufen möchte und und und. Das heißt, äh... In diesem Hügelland führen die Menschen Rohans ein Leben als Nomaden. Wenn es gilt, ihre Heimat zu verteidigen, kämpfen sie bis zum Tod. Sehr gut. So eine Leute brauche ich in meiner Armee. Die bedingungslos bis zum Tod kämpfen. Und das verteidigen, wofür ich sie ja dann quasi abstelle. So. Schöne ist, wir starten diesmal gleich mit Eomers Armee. Haben aber leider keine Festung. So, das erste, was wir natürlich machen, sind wieder, äh, die Einheiten im Grunde genommen. Seid bereit, Bogenschütze! Hier entlang freisassen! Bleibt im Schassab! Äh, die anderen machen nach oben. Gott, erstmal die Einheiten wieder hier ein bisschen drapieren. Seid tapfer, freisassen! So, ihr geht nach vorne, dann müsst ihr dann verteidigen. Und als nächstes... Wir haben ein neues Gehöft. Wart, hier sind schon Orts in der Nähe? Dies ist unsere Stunde! Kommt schon wieder kein Meter weit, weißt du? Da ist schon wieder Krieg hier. Na, klasse. Vorwärts! Wir reiten! So, wir gucken mal, ob wir irgendwie ein kleines Gehöft finden oder so. Wir reiten! Beeilen wir uns! Los! Was haben wir für Bonus-Ziele eigentlich? Bonus, vernichte alle Waagreiter, diese Waagreiter, die müssen wir auf jeden Fall vernichten. Und Eomers sollen ein Lager, äh, sollen ein Level aufsteigen. Hier ist ein Lager, das brauchen wir am Anfang nicht. Hier ist ein Gehöft, das ist nicht so schlecht. Können wir erst mal machen. Da! Drauf da, Jungs! Wir brauchen Geld! Wir brauchen Geld! So, als nächstes... Ich würde ganz ehrlich sagen, als nächstes brauchen wir hier mal kurz zwei Türme. Wenn ihr mehr da drin fänden, fertig ist, können wir noch ein Turm. Na, komm schon. Sehr gut. So, wie gesagt, Lager will ich jetzt noch nicht einnehmen, weil wir A, natürlich kein Geld haben und B, das glaube ich auch nicht so sinnvoll ist am Anfang, weil wir nur mehr Angriffsziele quasi bieten. Das ist natürlich einerseits nicht schlecht, aber andererseits können wir diese Angriffsziele überhaupt nicht verteidigen. Wo ist denn mal der Feind? Na, ihr seht ihn feindlich. Ah, und hier können wir eine richtige Festung bauen. Das ist ein richtiges Lager quasi, so eine Art Zitadelle. Das ist natürlich nicht schlecht. Da sind die Waagreiter. Drauf da, Jungs! Die können nämlich unser Boden schützen. Übelst gefährlich werden. Und das ist natürlich nicht so toll. So, ansonsten würde ich sagen, ähm, nehmen wir das Lager mal einfach nur als... Überlegen, klar. Das nehmen wir einfach nur als Verteidigung. Bauen wir noch zwei Rohan-Statuetten. So, Jungs, könnt ihr mal irgendwie in den Schutz... Bogen schützen. Haltet eure Bögen bereit! Hier, rein! Bereit! Bereit! Bogen! Bogen! Die kommen eigentlich auf uns zu. Die werden das Gehöft angreifen. Da gehen wir mal schnell hin. Seid bereit! Bogen schützen! So, die Leute werden hier noch ein bisschen versuchen, ordentlich zu platzieren. Und ansonsten, klar, noch ein paar Wachtürme. Die sind zwar echt nicht gut, aber die halten den Gegner ein wenig auf und ein paar Leute machen sie ja auch platt. So, wo sind jetzt die Uhls, die hier hinlaufen sind? Die kommen... Die kommen von links, Jungs! Ich sag einfach mal, dass die Bodenschützen das hinkriegen sollten. Wir müssen auch wie wir die ganzen Waagreiter platt machen, weil das ist wirklich schlimm. Die töten uns wirklich richtig nerven. Na, drauf da! Ach, du Scheimgleister! Drauf da, Jungs! Das gibt ordentlich Geld! Was kann eigentlich... Du kannst mal einen Speer werfen. Wenn die noch leben. Tötet sie! Ich kann ja noch nicht mal irgendwie einen anwenden. Ich kann mal hier einen anwenden, dass wir mal wieder ein bisschen rüberreiten. Da kommt die Waage. Aber ich hoffe, die töten jetzt nicht zu viele. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Warum haben wir unsere eigentlich nicht... Haben wir doch... Hm, komisch. So, ein Gehöft können wir immer einen nehmen. Ich meine, das kostet nur 200 und produziert, glaube ich, von Anfang an irgendwie sowas wie... Mit unserem Multiplikator, glaube ich, irgendwie sowas wie 18, 19 oder sowas. Das heißt, es muss eigentlich nur ein paar Sekunden halten. Dann haben wir auf jeden Fall damit Plus gemacht. Und ich würde sagen, wir müssen weitergucken, wo die ganzen Waagreiter sind. Wenn die irgendwann mal Bock haben, uns alle anzugreifen, dann wird es halt nicht so lustig. Hier können wir mal so einen Elfenwald machen, damit halt die Gegner, die da ankommen, halt ihre Boni verlieren. Das ist ein weiteres Gehöft am Arsch der Welt. Ich hoffe, dass das nicht angegriffen wird. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich genug Geld, um mal eine Zitarelle wieder aufzubauen. Das ist aber nicht nett. Da sind die Waagreiter. Ich wusste es, Mann. Irgendwann kommen die scheiß Waagreiter. Ätzend. Es ist einfach nur ätzend. So, von dem Fähigkeitsmenü, da können wir noch nicht viel machen. Wir brauchen acht Punkte, Jungs, übrigens. Also, das dauert ein bisschen. Oh, oh, Lanzenträger, Lanzenträger. Haut ab. Haut ab. Oh, einen Reiter haben wir auf jeden Fall verloren. Lanzenträger mit, äh, verbesserten Klingen. Das ist ganz schlecht für uns, übrigens. Erst einmal noch die Waageplatte, bevor sie sich jetzt irgendwie wieder tausendmal heilen. Macht euch kampfbereit. Und ab dafür. Weg von diesen Lanzenreitern. Lanzenträgern, so rum. Vorwärts. Die Frage ist, ob hier vielleicht noch irgendwo eine Gehöfte ist. Oder beziehungsweise ein Sägewerk. Haltet die Augen offen. So, im Moment können wir nicht viel machen, außer ein bisschen Geld sparen und nachher dann eine übelste zweite Festunion hier unten errichten. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die beiden Gehöfte produzieren. Wie viel produziert denn so eine Gehöfte jetzt eigentlich? Gucken wir mal. 24, das ist doch schon was. Hier wäre noch ein Gehöft. Zack. So, wir müssen jetzt versuchen, dass die Lanzenträger wieder in unsere Richtung laufen. Das sieht aber ganz gut aus. Die haben auf jeden Fall keine goldene Rüstung. Das heißt, die werden jetzt relativ schnell drauf gehen. So, wir laufen jetzt im Endeffekt. Wir haben ein neues Gehöfte. Sehr schön. Zur nächsten Festung, das bringt am meisten. Die Frau von dem Vorposten einnehmen. Aber da müssen wir natürlich ein paar Bodenschützen da abstellen. Das ist ein bisschen... Dies ist unsere Stunde. Ja, komm, wir machen es einfach mal. Menschen, der Rittermarkt. Wir haben im Grunde noch mehr genug Geld. Dies ist unsere Stunde. So, dann mach mal, wenn es deine Stunde ist hier. Äh, mach. Da, ach komm, wir machen hier eine Ausbildungszentrum. Also quasi eine Goldwirtschaft hier. Zack, weiter geht's. Und hier wäre dann die Festung. Die kostet auch ein bisschen mehr. Hier bauen wir mal ein... Im Grunde genommen wieder die Gehöfte. Und hier bauen wir mal ein Brunnen. Und er sieht jetzt, dass wir das eingenommen haben. Das heißt, er wird das vielleicht da gleich angreifen. So, und so ein neues Lager kostet da einfach mal 2000, Freunde, ne? Muss man auch erstmal haben. So, Horirem. Können sich mal schon mal auf den Weg machen, weil wir da wahrscheinlich gleich angegriffen werden. So, das, was wir machen, sind ein paar Wachtürme. Wo ist der Feind? Der Feind ist hier! Wo denn? Macht Alarm! Macht euch kampfbereit! Scheiß Wagemann. So, überall mal bitte die Türme, damit wir uns wenigstens halbwegs hier unten verteidigen können. Und ansonsten würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall noch die Rohanrüstmeister. Aber wir brauchen auch ordentlich Geld. Und hier würde ich natürlich auch produzieren, gerne. So, dann brauchen wir nur noch die Rohanrüstmeister. Da brauchen wir auch ein bisschen Geld. Und das Ding repariert sich ja von selber, ne? Dies ist unsere Stunde. Sehr gut. Machen wir... Oh, hier ist schon wieder ein Segelwerk. Das machen wir natürlich glatt. So, das ist alles super. Hier müssen wir jetzt noch die Rohanrüstmeister bauen. Zack, zack, zack. Rohan darf nicht untergehen. Der fangt sich unter uns, Männer! Wir können die Stallungen jetzt nutzen. Das hat nicht passiert. Macht euch kampfbereit! Hier sind wir wieder dieses Scheiß-Wagreiterfeuer. Der ist schon wieder hier, ne? Schon wieder ein Hals. Und ihr seht, wir haben 60 Kommandopunte frei und die will ich halt nutzen. Das sind vier Bataillone. Unser Vorposten wird angegriffen. Oder hin. Hier unten, oder wat? Alter, Schwede. Also hier in der Nähe sind sie auf viele Fälle. Kann ja wohl nicht ein Ganzes sein. Oh, Lanzenträger, Lanzenträger, Bohnenschützen. Ihr könnt euch mal auf den Weg machen. Wir müssen hier auch wieder für weg. So, hier brauchen wir ja auch viel von Brunnen. Und, äh, ne Hellenstatue. Was weiß ich, und ein Gehöft. Bögen, Bögen. Wo sind die Lanzenträger hin? Die bleiben da. Alles klar. Ist schon mal gut, dass die irgendwie aufgehalten werden durch die numischen Gehöfte, die wir überall errichten. Werft sie alle nieder! Seid bereit, Bohnenschützen. So, und die Bohnenschützen ziehen wir jetzt sozusagen ein bisschen nach vorne. Weil ich glaube, dass hier hinten den Rhein, glaube ich, nicht mehr so viel passiert. Scheiße, jetzt muss ich mal einen Bohnenschützen machen. Bohnenschützen, drauf da! Schießt sie nieder! Wir könnten Orgs in der Nähe sein. Glaube ich auch. Das Gehöft ist fertig. Schießt mit sicherer Hand! Alles klar. So, die nächsten Urls, die interessieren mich aber erstmal nicht. Normale Urls kriegen unsere Bohnenschützen auch alleine hin. Da sind Waage! Die müssen weg! Weg damit, Jungs! So, wir können schon mal ein bisschen ausbilden. Und zwar brauchen wir ein bisschen Kavallerie. Wir müssen schon mal vier Stück ausbilden. Wir brauchen nachher eigentlich fünf, sozusagen, damit wir diese Weiterentwicklung machen können. Damit wir quasi mit der Stallion einmal aufsteigen. Es könnten Orgs in der Nähe sein. Zielt auf ihre Herzen! So, die Brunenschützen machen natürlich hier... Oh, hier oben ist auch eine Festung! Richtig dabei. Wo ist unser eins? Ach, die ist zu weit nach oben gelaufen. Auch geil. Ja! So, da nehmen wir natürlich auch ein. Wir haben ja hin und Geld. Folgt mir! So, darf ich jetzt mal die Wachtürme bauen? Oder die das nicht? So, was können wir hier bauen? Wir können ja natürlich irgendwie so einen Doppelbrunnen bauen, dass wir uns hier sozusagen heilen könnten. Ansonsten tausend Gehöfte. Und eine Million Wachtürme. Ihr seht schon, das ist quasi eigentlich eine Viererkarte. Da es hier vier Festungen gibt. Die andere hat dann sicherlich der Feind. So, theoretisch sind wir jetzt hier durch. Wir haben ein neues Gehöft. Und was wir natürlich machen können, wir können die Leute mal direkt hier zum Gegner schicken. Abgeordneter, was weiß ich, Keilformationen kannst du auch noch machen, damit du schneller stirbst. Die Leute, die wir jetzt hier produzieren, quasi, die sterben einfach nur. Das ist einfach nur dazu da, um halt unsere Stallung zu entwickeln. Das Gleiche müssen wir dann auch eigentlich mit den Bodenschützen machen. Das können wir eigentlich auch machen. Da müssen wir aber nur drei bauen. So, hier ist noch ein Vorposten. Den nehmen wir auch noch ein. Das ist das Problem davon. Und die haben das hier. Das ist das riesige Problem. Das ist sogar ein ernstes Problem. So, hier können wir auch noch mal ein Brunnen bauen. Zack, zack, zack. Da sind Waage. Auf die Waage rauf. Wir haben es aber dann schon fast. Es könnten Orgs in der Nähe sein. Sie greifen an, Landvolk. Ihr seht schon, da sind auch viele finanzielle Leute, die nicht so toll sind, die uns mal richtig schön lang machen würden, wenn wir da angreifen. Das heißt, wir müssen uns ein wenig entwickeln und verbesserte Einheiten bauen. Wir haben also quasi Platz für vier neue Bataillone. Ich würde sagen, weil wir schon eine ordentliche Kavallerie haben, dass wir da eher in die Richtung gehen, dass wir versuchen, das ist natürlich stark hier wieder. In der Aufnahme der Wecker. So, komm, ist mir scheißegal. Ihr seht schon, also wir bauen noch zwei Bataillone, die wir bauen müssen und hier müssen wir noch eins bauen. Alles klar. Die nächsten Waage. Können die eigentlich eine Basis Waage bauen? Können wir mal gucken. Ja, können sie. Das muss weg. Die Frage ist, wo sind die guten Lanzenträger? Gerade dabei, unsere Einheiten Platz zu machen. Ich würde super gerne hier irgendwie... Wir haben den Schießstand verbessert. So, dann auf die Lanzenträger auf die Lanzenträger. Die dürfen nicht ankommen. Wie sie... Unsere Truppen werden angegriffen. Das ist auch richtig so. Seid bereit, Bogenschützen. Handelt euch, Jäger. Haltet eure Bögen bereit. Haltet sie von uns fern. So, am besten können wir hier noch ein Gehöft einnehmen. Wir haben eigentlich wieder die Kontrolle über die Karte. Ihr seht's hier unten schon. Soweit läuft's eigentlich. Können wir mal ein bisschen zurückpfeifen. So. Einmal das Upgrade, bitte. Achso, ja, hier. Wir können auch gleichzeitig noch die Upgrade hier entwickeln. Hab ich ganz vergessen. Und wir brauchen noch ein Bataillon. Alles klar. Oh, wo kämpft er denn? Er versteckt sich hier hinter dem Heuballen, oder was? Auch geil. So, und ich würde sagen, wir greifen mal... Wir greifen mal kurz ein bisschen an und werden wir ein paar Ortsplug machen. Rohhirim! Wo denn? Ich glaube, hier oben, ja? Da oben sind sie. Diese Säcke schießen die einfach wieder mit Armbrüste gegen den Gebäude. Bringt doch nichts, Freunde. So, wie gesagt. Das Wichtigste ist, dass sie keine Lanzenträger haben. Nein, sie sind hier eigentlich aus. Zack, Upgrade. So, die Typen müssen auch sterben. Können wir auch platt machen. Aber die haben, glaube ich, noch ein Lanzenträgerbataillon. Da oben, wenn wir die Waage rauslocken könnten. Ich versuche mal, die hier hinten hinzulocken, damit wir vielleicht die Waaggrube platt machen können. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Ach mal ruhig hier und sieht gut aus. Wir haben ja so ein bisschen den Feind schon mal versuchen, umzubringen. Und weg, Jungs. Und weg, und weg. So, na hier bitte. So, jetzt können wir bauen. Wir brauchen drei Bodenschützenbataillone. Bitte. Können wir nach da schicken. Und wir brauchen eine Ruhe im Bataillon. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir sie eigentlich übelst geschwächt. Ihr seht schon, wir haben jetzt die wichtigsten die Beutel platt gemacht. Und im Grunde genommen haben sie jetzt eigentlich im Moment nur noch die Beutel, die dann regenerieren. Äh, die Ressourcen quasi regenerieren. Das bringt denen jetzt nicht so viel. Und vereint können sie im Moment keine Urhuts mehr bauen. Das heißt, wie können sie jetzt eigentlich platt machen? Wir haben eigentlich jetzt sozusagen gewonnen. War nicht ganz so einfach, aber auch nicht so schwer, wie ich dachte. Dann haben wir eine Urhutgrube gebaut. Das ist ja aber ganz böse. Sowas macht man ja nicht. Da bauen sie einen Schmelzöfen. Das sind übrigens verschiedene Gebäude. Ihr werdet es natürlich sehen, wenn ich dann in die Bösen spiele, quasi. Das sind Schlachthäuser und, ähm, Schmelzöfen. Das ist so ein bisschen verschieden. Im Grunde genommen machen sie beide, äh, regenerieren sie beide eigentlich nur Ressourcen. Geht im Grunde genommen nur darum, dass du halt wieder diese komischen, ähm, Upgrades hast, ne? Also wenn der Starbitte rauf, nicht auf die Zitadelle. Die sollen nicht kaputt gehen. Die sollen einfach nur deren, deren Ressourcen minimieren. Jungs, mehr sollt ihr nicht machen, dass sie gar nicht, gar nicht wieder anfangen, irgendwas zu bauen. Und weg. Nicht töten. Da oben ist noch ein Waagreiter. Naja. So richtig angegriffen ist das auch nicht. Jetzt fangen die wieder an, hier zu bauen. Ich glaube, ich glaube, takt. Also noch haben sie Geld anscheinend, Freunde. Unser Land, wir sind in Schack. Menschen, der Rittermarkt, beeilen wir uns. So, jetzt haben sie gerade wieder Geld ausgegeben. So, ihr müsst da. So, die Bodenschützen sind fertig. Also, zack, 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 die drei Upgrades, bitte. Dieses Upgrade wurde bereit gekauft, ja, aber nicht für die Typen hier. So, das Wichtigste ist, was ich eigentlich in dieser Mission machen wollte. Ich wollte den ganzen Reitern hier, dieses Upgrade hier geben. Reiterschilde, 70% Rüstung, denen Pfeile. Das ist doch super. Ja, genau das brauchen wir noch. Haben die noch irgendwelche Upgrades, die wir noch nicht haben? Nö, das sieht du aus. So, wenn die Upgrades fertig sind, dann war es das eigentlich. Wir können hier die Leute noch zusammenziehen, brauchen wir aber eigentlich nicht. Im Grunde genommen, das war es eigentlich. Die können wir noch so ein Ding einsetzen, das weiß ich. Ach, komm, setzen wir da, wo wir gerade stehen. Sieht doch toll aus. Den können wir auch einsetzen. Bauern werden bewaffnet. Wir haben nicht mal irgendwelche Bauern, aber egal. So, die sind jetzt alle fertig, ne? Und euch mit Geld, wir haben, Freunde. Das ist ja nicht mal feierlich. So, und das ist unsere neue Nummer 2. So, alle Upgrades sind fertig. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal jetzt darum, dass wir die Kampagne dann auch die Mission beenden. Haben wir noch irgendwelche Zwischenziele? Ne, wir haben alles fertig. Wir müssen jetzt nur sozusagen das Lager hier vernichten. Das können wir ja auch nur mit Bodenschützen machen. Haltet die Augen offen. Dann seht ihr mal, wie stark die sind. Seid bereit für die Schmelle! Läuft mal noch einen Meter näher ran, dass auch wirklich mal alle treffen. Haltet eure Bögen bereit! Jetzt seht ihr mal den Lebensbreiten von dem Ding. Das ist unglaublich, oder, Jungs? Das sind halt sieben Bodenschützenbataillone mit brennenden Pfeilen. Wenn ihr davon echt genug habt, Freunde, dann schießen die alles zusammen, was da ankommt. Deswegen wollte ich auch sieben davon haben und halt... Wie viel haben wir jetzt, glaube ich? Acht Reiterbataillone? Weil die halt so stark sind. Also die Kombi ist auf jeden Fall richtig gut und das Problem ist, die Alternative... Und die Alternativen sind im Endeffekt... Was kannst du bauen? Du kannst Reiterbodenschützenbauen, die scheiße sind einfach nur. Und du kannst Bauern bauen und die bewaffnen lassen. Ja, Jungs. Ich glaube, Bauern habt ihr ja schon in den ersten Missionen gesehen. Die Typen sind der letzte Schiss. Also das bringt gar nichts. Die schaffen, glaube ich, noch nicht mal eine U-Gut-Armee... Also nicht mal einen U-Gut-Bataillon Platz zu machen. Das heißt, im 1-10-1 sind die von normalen Infanterie-Frage sind die schon schlechter. Alter, das bringt überhaupt nichts, Freunde. Die könnt ihr gleich weglassen. So, das lief doch schon mal ganz gut. Was ist unser bestes Bataillon hier? Das Ding hier, was von Anfang an dabei war. Aktuell ist Level 7. Das Ding ist Level 7. Ist ja wie Eomere. Ist ja der Hammer. Sechs Missionen haben wir damit erledigt. Das Ding hat... Oh, das Bataillon hat schon 469 Leute platt gemacht. Ist ja hier. Kriegt ja fast einen Orden. Sag mal. Was ist denn da los? Nicht schlecht, Freunde. Nicht schlecht. So, das war die Mission. Jetzt sind wir wieder ordentlich ausgerüstet. Und jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Nochmal die Armee von Eomere befehlen. Alles klar. Viele werden dessen Tore niemals erreichen. Das heißt jetzt, ich kann euch nochmal zeigen, das sind ja die drei Sachen, die wir vorher schon zur Auswahl hatten. Ja, die Frage ist dann, was würdet ihr machen? Volt, wo wir 20% mehr Rohstoffe kriegen würden. Die Ostfold, wo wir 20 Kommandos und 10% Rohstoffe. Oder gehen wir auf Spezialfähigkeiten. Im Moment haben wir nur drei Punkte. Acht brauchen wir für die nächste Fähigkeit quasi, die wir freischalten können. Das würde uns also auch nicht jetzt unbedingt so viel bringen. Ich würde denken, ich mache dann die Ostfold, aber mal gucken. Wir werden es dann einfach mal nächste Folge sehen. Bis dann.